Bei Temperaturangaben in der Wettervorhersage gibt es häufig diese Angabe, die die höchste Temperatur, die zu erwarten ist oder die es gegeben hat, benennt. Es ist mit zwei T geschrieben, aber die werden nicht beide gesprochen. Der Trick bei der Sache ist eine kleine Verzögerung vor dem ersten T. Durch diese Verzögerung werden beide Tees angedeutet. Es wird also richtig gesprochen, Höchsttemperatur, Höchsttemperatur, Höchsttemperatur. Auf jeden Fall nicht Höchsttemperatur, das ist nicht ganz richtig. Wie gesagt, Höchsttemperatur.